Hallo Leute, das hier ist ein neues Video. Offensichtlich. Ich will heute etwas bauen, was praktisch ist und was ziemlich cool aussieht. Ich will, dass der Besucher oder wenn ihr Freunde zu Besuch einlädt, dass der dann sagen wird, was ist das denn für ein cooles Teil. Das ist das Ziel mit dem heutigen Projekt. Also würde ich sagen, fangen wir direkt mit dem Zuschnitt an. Ich zeige euch mal, welches Holz wir dafür benutzen werden, denn das ist von meinem Kollegen Philipp. Der hat einen Holzhandel rund ums Holz. Da könnt ihr Holz bestellen. Da werde ich euch einmal fix zeigen, wie das jetzt noch aussieht. Das ist Eichenholz, 52 Millimeter Blockware. Da werden wir einen Großteil rausschneiden. Das reicht aber, glaube ich, nicht ganz für das heutige Projekt. Deswegen zeige ich euch mal noch den Stapel, der hinten so unscheinbar auf dem Boden liegt. Relativ grau das Holz. Hat aber nichts zu bedeuten. Das ist Buche. Der Rest ist alles Eichenholz, 52 Millimeter Blockware. Oben haben wir noch ein bisschen schmäleres Holz, 35 Millimeter Blockware. Und daraus werden wir heute was Schönes zaubern. Also let's go. Und da wird's! Bis zum nächsten Mal. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr Probleme habt mit eurem Abrichturbel 90 Grad abzurichten. Da würde ich euch vielleicht mal in einem eigenen Video zeigen, wie man das gut tun kann. Da kann man so ein paar Kniffe für sich anwenden, weil ab und zu spinnt auch meine Abricht, da hat sie irgendwie, keine Ahnung, keine Lust. Genau, da kann man sich aber so teilweise ein bisschen behelfen. Schreibt mal deswegen gerne mal in die Kommentare, wenn euch das interessiert. Wir können jetzt zunächst aber mal unsere Sitzfläche verleimen. Wir haben viele Kanten. Ich habe eine Tischfräse mit einem Schleifigel, also benutzen wir das Teil heute. Ich habe mir extra für 100 Euro, also knapp 100 Euro, irgendwie 4,90 Euro hat es mal nicht gekostet, 10 Schleifaufsätze, also Schleifpapierhülsen gekauft. Knapp 100 Euro, brutal. Das ist ein bisschen gröberes Korn, werden wir hier jetzt draufpacken. Da zeige ich euch einmal, wie das funktioniert. Also erstmal Vorschubapparillo rüber, da haben wir hier diesen großen Hebel, den können wir öffnen. Und jetzt kommen wir zu unserem Werkzeug. Gerade bei Eiche ist mir manchmal aufgefallen, dass da, ja, dass die Oberfläche schnell so ein bisschen ankokelt. Und deswegen will ich hier ein bisschen gröberes und frisches Schleifpapier draufpacken. Ich kann übrigens die Spindel arretieren, dann kann ich meine Mutter lösen. Jetzt kann das hier runter und den Schleifübel kann ich einfach nach oben abheben. Ich liebe es ja da mit Kanten zu schleifen, das sieht man hier so ein bisschen dran an dem ganzen Schleifmehl. Das ist schon wahnsinnig viel. Wenn ihr schleift, braucht ihr so ein Teil, das sind die Schleifpapierreiniger von mir. Könnt ihr auf Amazon bestellen und auf meinem Online-Shop diesen Goldwert. Die haltet ihr hier dran und dann könnt ihr das Schleifpapier sauber machen. Ist wirklich, wirklich zu empfehlen. Wir werden jetzt aber als erstes mal hier frisches Schleifpapier drauf machen, weil das ist auch ein bisschen zu fein, finde ich. Das ist glaube ich 100er Korn gewesen. In meinen Augen zu fein, weil es nur so ein bisschen die Vorbearbeitung ist. Ich habe die ganzen Tische heute auch erst frisch mit Silbergleit eingepinselt. Also irgendwie wurde das Hobelbild auch sogar noch ein bisschen besser. Wir haben ja fast gar keine Ausrisse, das heißt ich werde das einfach mit 120er Korn mit dem Exzenterschleifer schleifen. Auch die Kanten, die sind so breit, da werde ich auch keine große Rundung reinschleifen. Also können wir die Teile jetzt auf Länge zuschneiden. Brauchen wir eigentlich gar nicht den Schleifpiegel. So, jetzt können wir hier den Überschuss abziehen. Und das Ganze gleich hobeln. So, das Leim hat ein bisschen Zeit zum Abbinden. So, jetzt können wir hier mal weitermachen. So, jetzt können wir hier mal. So, jetzt können wir jetzt auch hier noch einschlaufen. So, jetzt können wir hier nochmal rein. So, jetzt können wir hier auch noch mal kurzschneiden. könnt ihr den fehler erkennen ich habe bei einer stelle die flachdübel fräsungen falsch gemacht ich habe mein vater war gestern noch kurz da ich habe gesagt dass hier ist gehirnjogging für holzwerke wenn man das hier mit flachdübeln zusammen macht kleiner tipp am rande teilt das teil einfach durch drei auf drei teile auf dann ist ein bisschen einfacher wie als wenn man alles an einem stück zusammenbauen wollen würde so geht es auf jeden fall ein gutes stück einfacher dann ganz genau deswegen ich werde jetzt hier oben füller herstellen aus dem gleichen holz einfach einmal auf die stirnholz seite geachtet und einmal auf die längsholz seite das werden wir jetzt einmal fix machen damit wir die stelle auch reinigen können ja 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 Wer hat einen Fuß nicht richtig verschraubt? Ich. Wer hätte es gedacht, Leute, jetzt kommt das Finish und wir werden hier das Konterholz-Holz-Finish benutzen. Einfach, weil es schnell und einfach geht, die Oberfläche gut geschützt ist und wir das Teil auch abends mitnehmen können, ohne dass unsere ganze Bude später nach Verdünnung riecht. Also, damit können wir jetzt einmal alles einreiben. Ich habe die Oberfläche übrigens nur bis 120 geschliffen. Das ist jetzt keine Oberfläche, wo viel Wasser oder sowas drauf kommen wird, weswegen das hier auch ausreichend tut. Und genau, einfach den Überschuss abreiben und dann können wir es nämlich auch schon mitnehmen. Jetzt können wir das Ganze behandeln. Leute, das Ding ist fertig. Was ist es geworden? Ein Stuhl ist es geworden. Der muss nicht bequem sein, der muss nur schön aussehen. Oh, leck. Also, ganz so unbequem ist er natürlich doch nicht. Dafür sieht er halt eben um Welten besser aus. Ganz unbequem ist er wirklich nicht, ne? Stabil ist er übrigens auch. Man sollte halt jetzt nicht drauf kippeln. Ist eigentlich für keinen Stuhl gut. Natürlich habe ich mir ein bisschen Inspiration von Pinterest geholt. Da habe ich so die letzten Wochen und Monate immer mal so ein bisschen was gesammelt. Und das hier hat mir halt eben sehr, sehr gut gefallen. Und das wollte ich mir halt eben selber bauen. So, Leute. Ihr wisst jetzt, was es ist. Ein schicker Stuhl, der auch bestimmt super gut geeignet sein wird, um die Pflanzen von der Freundin draufzupacken. Also, Leute. Tschüss.